Gute Nachmittag, der NRW bei 18 hier. Ja, wir sind wieder zurück bei Megaman. Es geht weiter und ich hoffe mal, dass ich jetzt hier einigermaßen durchkomme. Ah, ich wusste es. Nein, das ist ja... Das darf nicht wahr sein. Mann, ey. So, was haben wir hier? Okay. Och, nö. Das ist doch fies, ist das. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten jetzt hier... Ach. Oh, was ist das? Wir hätten jetzt hier die Fähigkeit nicht mehr. Ah, kacke. Ja, klar. Okay, da kann ich mich hinstellen. Boah. Okay. Ui, 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 ui. Ah, nein. Oh, ist das Käse, Mann. Komm, hau ab. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. So, dann müsste da jetzt wieder was kommen, oder? Hallo. Hallo. Ah, wusste ich's doch. Nein. Ah. Das war blöd. So, kommt die jetzt nochmal, oder? Hallo. Da ist sie. Hep. Und... Na, schon wieder. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Ach, komm schon. Dann nochmal. Ach so. Jetzt gleich krieg ich aber hier einen Kasper, krieg ich hier gleich. So, warten, warten. Das darf nicht wahr sein. Das... Nein, Mann, no. Hä, was war das denn? Oh, und was ist das da unten? Da will ich hin. Käsewurst. Na, ähm. Ach. So, kommt der jetzt nochmal zurück. Danke. Und, äh, okay. Das war nicht so im Sinne des Erfinders. So, und jetzt... Geh... Ah, runter. So. Das haben wir da, und... Ah, das ist fürs Leben. Okay. So, jetzt müssen wir nur noch wieder warten. Ich hätte aber jetzt lieber Energie gehabt. Das wäre... Das wäre ein bisschen besser. So. Jetzt beamer. Oh, Bomberman. Ja, klar. Moment. Äh, äh... Oh! Cool! Nein. Falscher. Cutman war das, glaube ich. Nein, war er nicht. Ach, wer hatte jetzt gegen den... Ah, okay. Ha! Man muss nur seinen Bewegungsmechanismus verstehen. So, Fireman. Da war, glaube ich, Cutman jetzt richtig. Nein, es war nicht Cutman. Äh, war es Iceman wahrscheinlich. Jawohl. Das war blöd. Äh, 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 äh. Dann gehen wir jetzt hier direkt auf Fireman. Dann muss ich jetzt hier Leben sparen. Oh, 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 nein. Komm, hau ab hier. Ah, ha, 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 ha. Ähm, Moment, was habe ich denn jetzt? Äh, oder war das Elecman? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Nein. Es war nicht Elecman. Dann kann es eigentlich nur Iceman gewesen sein. Komm, spring. Äh. Scheiße, ich habe Unmengen an Leben verloren. Kacke. Wer kommt denn jetzt noch? Ach, Iceman. Das war, glaube ich... Äh. Nach. Ein Treffer und ich bin schon weg. Das glaube ich ja jetzt nicht. Na. Nachfalscher. Robotnik. Och, nee. Das glaube ich ja jetzt nicht. Hallo. Äh. Nee, es war auch da verkehrt. Mann, ey. Ey. Ich darf nicht so viel Leben verlieren. Aber wogegen... Da, das... Da, das ist... Wie kann man sich vor dem schützen? Da. Wieder genauso viel. Wie kann man sich vor dem schützen? Moment, wer war denn da jetzt? Fireman müsste doch da was machen. Der macht nichts. Ach, das ist schon wieder verkehrt. Oh, das war... Ah, das war's schon. Hahaha. Okay. Jetzt kommt der Legman. Oh, nee. Er schon wieder. Wow, wow, wow. Jetzt müsste ich nur wissen, wer... Ja, äh, beweg dich doch mal. Der auch nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. Hallo. Ich, äh, hallo. Also... Also... Mann, wen hatte ich jetzt noch nicht? Cutman hatte ich? Fireman hatte ich? Och, meine Güte. Ja, danke. Och. Nein. Das bringt auch schon wieder nix. Hahaha. Was ist, wenn ich mit Elecman... Damit geht das doch kaputt. Also die Kisten gehen ja damit normalerweise kaputt. Nein. Nein. Da nimmt er überhaupt keinen Schaden von. Mua. Komm, geh da rein! Ach. Wer ist gegen ihn am besten? Nee. Da brauche ich ja Kisten für. Iceman vielleicht. Den habe ich, glaube ich, noch gar nicht probiert. Kann das sein? Der nimmt überhaupt gar keinen Schaden. Okay, also... Müssen wir... Fireman hatte ich, glaube ich, auch schon. Ich glaube, ich glaube, am besten ist es mit Feuer. Nein! Nein! Da hat er mich erwischt. Und... Ach, Mann, ey! Ist doch zum Mäuse melken. Ach, schon wieder verkehrt. Das ist... Nein, falscher Knopf. Also, langsam habe ich keinen Bock mehr. Komm, geht runter durch. Und weg. Nee, macht keinen Spaß. Das macht echt keinen Spaß. Oh, nein. Das ist... Nicht mehr normal, Freunde. Ah, wenn man hier einmal springen vergisst.